Meine Schwiegermutter, die haben sie jetzt bei der Zeitung engagiert, weil sie am Montag schon weiß, was am Freitag passiert. Meine Schwiegermutter und der Papagei, die haben die gleiche Natur, wenn sie am Schnabel einmal aufhaben, nachher bringen sie nicht mehr zu. Meine Schwiegermutter hat lauter falsche Zähne, außer einen guten, den hat sie noch. Den braucht sie, wenn sie ein bisschen raus hat, dass sie noch nachschnappen kann. Meine Schwiegermutter wollte ein Tanga-Höschen, aber da hat sie kein Glück, weil sie schnell am Arsch in die Nähe gelangt, braucht sie einen Tanga mit Strick. Meine Schwiegermutter hat sie Anten, meine Schwiegermutter hat sie Kühe, meine Schwiegermutter hat alles bloß ihr Goschen, hat sie mir. Weil meine Schwiegermutter peckt, wie er hin und weiß ihren Schnabel aufzieckt, hab ich sie ein halberes Jahr eingesperrt, nicht, dass die Vogel grip kriegt. Dass meine Schwiegermutter nicht an den Himmel kommt, ja, das weiß ich schon, weil er trage nicht her als 100 Meter Steinkuh. Ich wollte meine Schwiegermutter recyceln, weil das war auch gefritt. Das ganze Oldeisen haben sie genommen, aber soll ich nicht beißt, sagen auch nicht. Wir sind die Brettelspitzen, bei uns gibt es Satire, Kabarettwürze, also wieder Couplet, Szenen, Sketche und vor allem uns alle miteinander aus der Brettelspitzenfamilie. Mehr gibt's dort unten.